Ah, man. Raubzug verbindende Kreaturen 2. Komm, lass mal den Raubzug hier zu beenden. Lass mal kurz die zwei Typen hier umbringen. Fick ich noch eine Einladung, bitte. Hast du neu gestartet? Jojo, ich schick dir Einladung. Ähm, hier und alles im Spiel Einladung. Hab ich gemacht. Ja, Schleimerin. Ach so. Du hast dich für die Stimme. Wo sind jetzt die beiden letzten Typen hier? Hier sind noch zwei Typen am Start. Die sind da, wo sie sind. Wow, Decker, danke schön für die Information. Ah, die Kalsynos du. Keine Sorge. Ach, hier unten gammeln die rum. Die kann verrecken so noch. Ach so, jetzt muss man. Ja, und der erste ist weg. Der zweite war hier oben, ne? Nee, das ist einfach nur Skelette. Okay, das ist einfach nur Skelette. Ah, shit. Ach, das bringst du als Parts-Ass auf YouTube, Stefan. Äh, ja. Lass doch was. Ach so, lass doch was. Ja, das müsste jetzt vom Tod gekommen sein in 15 Uhr, ne? Ja. Ja. Jo, hab ich halt aufgenommen. Dachte ich mir, ja, kannst du holen, Alter, ne? Wie sieht's aus? Kann ich reinspringen jetzt? Lohnt es sich jetzt da unten reichjummen? Na, warte mal, Alter. So. Bist du immer noch nicht unten, Alter? Wie tief ist das? Nee. Du baust doch wahrscheinlich nur unter Wasser, damit es extra lange dauert, ne, du Pfeifert, Alter. Digga, warum ist da das Portal nicht? Wie wär's, wenn du das Wasser entfernt mit einem Schwamm... Ey, du hast die Dorfwohnung abzustechen, Alter. Was machst du hier, Alter? Warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Digga, warum ist da das Portal nicht? Warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Undermann jetzt... Scheiße, wo ist das Portal, Digga? Ich hab doch gesagt, jetzt ist das Portal. Scheiße, wo ist das, Alter? Wo ist die Koordinaten falsch gelesen? Scheiße, wir müssen doch 900 und 1400, Alter. Shit, nochmal andersrum. Nee, 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 da sind wir richtig. Wengerdorf. Äh, los, T-Mode. Jetzt kommen die Werte. Leute, kommt's auch um. Hier unten ist es nicht, oder was? Da ist gar nichts, leider. Alter, ich seh gar nichts, Alter. Undermann, Alter, keine Ahnung, wo das Ding ist. Richtige Pfeife jetzt, Alter. Warum hab ich jetzt im Sonntag-Team-Mind-Spawn-Thing gesetzt? Nee, das muss ja hier sein, Lord Andermann. Andermann meint ihr, das ist ja nicht beim Dorf. Ja, das muss da sein. Aber Andermann muss jetzt erstmal wieder finden, wo das unten ist, Alter. Da ist es. Da ist es irgendwo. Da. Da ist es, ja. Da, da, da. Okay, ich versteh schon. Irgendwo da runter jetzt. Eine hessische Karriete. Darunter, ich spür's, Alter. Ich spür's. Jetzt baut er sich wieder runter, fünf Minuten später. Scheiße, wieder hoch, Alter. Ich glaub Andermann komplett los, hat das Portal nicht mal gefunden. Ich hab's gefunden, Alter. Ich glaub, sie verarscht euch komplett. Ja, nur Silberfischir vielleicht. Andermann prankt einfach, Digga. Tut's, als wär's der 1. April heute. Ja, wirklich, ja. No. Digga, wo ist dieser letzte Typ, Alter? Mit dieser Scheiß-Trompete, Alter. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Digga, der soll sich verpissen, Alter. Das ist ein Game-Star. Oh, Jesus. Ich kalt mich. Oh, das glaubst du sein. Der hessische Karriete. Oh, ich geh mit kalten Rücken runter. Dankeschön. Oh. Was, geh mit eiskalten Rücken runter, oder? Das ist keiner hier in meiner Nähe. Ähm. Wo ist es eigentlich Andermann hin? Einer ist hier noch. Er hätt sich wieder runtergebaut. Okay, alter, sie viele Skelette. Ja, da könnt ihr euch vielleicht runterbauen. Warte mal, warte mal kurz. Ich baue mich schon straight runter, meine Lieblingsfass. Warte. Ja, wir nehmen doch hier nicht die besten Scheiß mit, Alter. Und bauen uns dann straight runter, Alter. What the fuck, Junge? Creepy, creep. Junge, da muss hier irgendwo sein. Eine Kreatur ist hier noch irgendwo am Leben. Oh Gott. Irgendwo lebt hier noch jemand. Mit deiner scheiß armen Brust und gammelt hier irgendwo in der Ecke. Ja, ich hab die jetzt gefunden, Alter. Alter, wir sind nicht wegen Dias hier, Alter. Wir sind wegen dem scheiß Portal hier, Alter. Ich weiß. Das muss ja das sein, Alter. Am Ende der Folge einfach to be continued, Alter. Wir haben es einfach nicht gefunden, Junge. Nein, warte ich, du. Einmal eine Ende der Verbrauch. Wunderer. Ne König. Warte mal kurz. Entschuldige, den Monitor gerotzt. Der ist jetzt nur 2 Meter Abstand zum Monitor. Ich bin direkt davor. Das gießt doch nicht. What the fuck ist mit dem hier drinnen los, Alter? Hör so stuff. Holy shit, Alter. Was geht mit dem hier? Hm? Äh. Wem? Der hier. Hey, was bringst du hier um? Ja. Lern doch. Kein Witzke Ermordung. Spaß, Alter. Wir müssen ein Ende bringen. Ja, was müssen wir brauchen? Das Dorf sowieso nicht, Alter. Ich hab... Ja, und was bringst du jetzt alle um, Alter? Spaß einfach, Alter. Ja, wo bist du, Manny? Ist der hier drinnen, Alter? Sag de Cordis. Lass einfach ein Fett de Cordis. Lass einfach ein Fett de Cordis. 1,374. 925. Ja, okay, seh da. Wie da... Das ist 100... 100 Blöcke woanders, Alter. Lass... Lass zu, Annika. Lass, lass zu, Annika. Bitte sag's nochmal. 1.372 925 924 1.377 1.377 1.377 1.377 1.377 1.377 1.377 1.377 1.377 2.377 3.377 1.477 1.377 1.378 1.377 1.377 1.377 3.377 1. waited 9,8809 w hduh 1.377 2.377 1.377 1.378 2.374 1.374 1.377 1.385 1.389 2.397 1.377 1.377 1.377 1.3715 1.377 1.381.385 1. regulations1.391 1.377 1.379 6.ім12.403 1.377 1.389 1.477 Er hat sich einen Villager gefunden, Digga. Mehr war das nicht. Der dreht sich auch schon wieder im Kreis, Alter. What the fuck? Ja, der hat Angst, deswegen. Alles klar. Ja, vor dir. Du hast auch umgebracht, Digga. Verständlich, Digga. Chaos, Armin, was machst du da? Warum baust du das Haus von denen ab, Alter? Da kommt sogar Blubberbläschen beim Pfeil. Ah, ist die anderen Männer unten. Durch den Boden. Was machst du denn da unten, Alter? Oh Gott, glück dir weg. Ah, fuck, sie hat mich verkieftet, Alter. So. Glaubst du, geh in der Hexe da unten, Alter? Dein Ernst? Ja. Okay. Irgendwie hab ich das Gefühl, Anna-Man, du hast keine Ahnung, wo dieses Scheiß-Ding ist, Alter. Glaubst du mir. Der ist nicht dort, der ist immer noch hier in der Stadt. Was laberst du, Alter? Er hat gesagt, hier sind zwei Dorfbewohner. Was laberst du, wenn er gerade gesagt hat, bei der Cordis? Ja, Max, ist es bei dir in der Cordis das End? Ist es bei dir? Ich hab Bibliothekanen nur. Siehst du? Pfeilfährt, Anna-Man, Digga. Du bist ein richtiger Pfeilfährt, Alter. Ich hab gesagt, Bibliotheken, Alter. Da ist das End-Ultal, Alter. Irgendwo da unten, Alter. Ich glaub, ich hab's gefunden. Hast du's gefunden? Ich hab grade, äh, warte mal, es kann auch nur sein, dass hier ein Spawner ist. Ne, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden, Leute, ich hab's gefunden. Es ist hier in der Höhle. Was siehst? Ich hab's gefunden. Hab ich ja gesagt. Bist du runter? Ähm, ich bin in der Höhle reingesprungen und dann hab ich unten so einen Eingang gefunden. Ja, ich weiß wo. Und hier wird dann jetzt eine Pille, diese Hässigkeit. Ja, stech den mal ab, Alter. Muss weg. Ab ist abgestochen. Ey, wo hat's Jenny? Wo hat's Jenny? Wo bist du, Stefan? What's up? Bin unten. Wieso komm ich jetzt hier nicht ran, Alter? Warte mal kurz die Scheiße hier weg, so. Hast du keine Pickel? Hier und dann hier ist das Ding. Hier. Ah, okay. Ich seh, Stefan. Ja. Hier ist es wirklich. Ja. Hab ich ja gesagt. Ich geh mal abholen. Ich gesagt, Digga. What the fuck labest du, Alter? So, jetzt müssen wir uns hier umgucken, wo dieses Scheißportal ist, Alter. Bist du das Wasser an, Junge? Oberfläche. Wo bist du reingekommen? Oh, shit, Digga. Oh, shit, Bruder. Bin zu Hause. Her damit, Digga. Her damit. Her mit den ganzen Büchern hier. Als ob keiner die Bibliothek hier abgefarmt hat, Alter. Ist noch alles voll mit den Büchern. Alles voll mit den Büchern, Junge. Ja, aber die Kisten sind leer. Ja, das juckt mich nicht, Digga. Scheiße, du die Kisten, Digga, für die Bücher haben. Ja. Kisten interessieren keine. Die, die bei dir hast, die du hier findest, Alter. Die sind schmutzig, aber auch keine Sau, Alter. Alter, sieh da hinten, Alter. Was ist bei dir grad los? Ein Rentungsfahrzeug. Ja, alle haben oder so. Nein. Krieg, Anna, Mann. Krieg einfach. Alba, Krieg. Wenn das Teddy halt so ist, ne? Schon willst du einfach wieder zurückgehen? Ähhhhh. Wir haben's in Richtung Sanitäter, Digga. Nein, alle auf den Sack. Wo sollen wir jetzt? Bist selber einer, Alter. Labe es zu, Alter. Her, wo? Okay. Hallo, Stefan. Habt ihr das Portal schon gefunden? Huch. Na. Das ist irgendwo da. Das ist irgendwo da, Junge. Anna, Mann. Einfach zweit in die Crew, Junge, Alter. Pfeifett. So, ich hab' ich jetzt. Was soll? Du, ich hab' gerade... Du, ich hab' gerade... Tuachs, aber egal. Ne, Bewutsamkeit. Getschus. Egal. Ja, ich hab's gefunden. 1.397, 908. Naja, bin gleich da. Wo? Ja, aber wo seid ihr runter? Oh, nicht einfach durch. WTF? Hallo. Oh, Junge, schreck mich nicht. Ich glaub' hier ist er durch. Wir brauchen jetzt einfach hier durch. Ist mir scheißegal. Ich brauche jetzt kurz zu Andermans. Straight hier einfach hier durch die Mauer. Aufgeschissen. Street. Komm her. Wo gehst du? Ja, da. Stefan, komm. Ich hab' da, Hans. Jetzt komm' da. Du geh' einfach hier durch. Ist mir scheißegal, Junge. So. Scheiß auf den Weg, Alter. Lass uns einfach hier rein und fertig. Let's go. Warte. Nicht abbauen. Sorry. Mach die Lava hier weg, bevor jemand hier rein rennt, Alter. Sorry. Mach mal die Lava ein bisschen weg. Ich sag' nicht abbauen und was macht er? Er baut es einfach ab. Ja, sorry. So, jetzt brauchen wir einen Ender-Orgel, Leute. Ja, du hast doch eins mitgenommen, oder nicht, Andermans? Ja, ja, hab' ich eh. Ja, dann setz rein, die Scheiße. Dann mach rein. Nice. Jetzt müssen wir warten, bis die anderen hier sind. Ja. Ja. Oh, sieht das geil aus. Ja. Leute, ihr müsst zu, ähm, 1400, 910 kommen. Auf Höhe 28. Was schlägst du mich, hä? Was schlägst du mich? Ich schwör's. Was schlägst du mich, Digga? Was schlägst du mich? Alter, hör auf jetzt, sofort, Alter. Was darfst du denn? Ich schwör' dir, du bist gebannt, du bist gebannt. Ja, Spitz! Einladung, sind draußen? Oh, Leute. Ist hier Annika da oben. Die Welt, jetzt die Kommand. Ja, eine. Ich hab euch eingeladen. So, Tränke. So, Annika ist auch am Start. Es geht. Annika geht rein. So, jetzt kommt Max noch rein. Bloß, weil du so pressig bist. Ja, dann sind wir alle voll zählig. Jump rein, Annika. Ja, es spiel echt rein, ne? Anstatt zur Wahrheit, dass alle da sind, nein, erstmal rein, alles klar. Ja, passt. Okay, du bist jetzt ganz alleine in der Sonne, ne? Stefan, wo ist die Bibliothek? Ja, sehr safe. Die ist irgendwo anders, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Das ist ja komisch. Das Ende? Jetzt war es ja voll. Ja, passt. Nein, sie ist safe. Leute, ist safe. Ja, wir müssen aber trotzdem noch auf eine Person warten, Jürgen. Kommt rein, Alter. Alter. Hausarmi, hör auf. Don. Leute, kommt jetzt, bitte. Hör auf. Leute, pfeife jetzt da wirklich. Ach man, Leute, was ist denn mit euch? Wollen wir jetzt einfach alle reingehen? Ich bin gerade irgendwie ziemlich langweilig. Ach, da oben ist sie. Okay, da oben. Du musst einfach nur runter. Siehst du unsere Namen? So einfach. Einfach runter. Einfach runter. Und dann einfach runter bauen hier und ist safe. Es ist ja nur das so. Aber das kann ich nicht garantieren. Warum spielst du eigentlich nicht mit Texture Pack oder so? Weil das zu abstützen führt. Ja, ich habe einen Texture Pack drin. Ich bin gleich dabei. Ja, aber wenn ich als Host das mache. Dann greife ich diesen scheiß Kristall nicht um. Annika, bist du schon drin? Ja, sie wurde reingeboxt direkt am Anfang. Ich bin auch drin. Ah, da oben kommst du schon. Ja, dann greif mal den Ender Drachen. Mal sehen, wie er reagiert. Warte, Stefan, geh mal weg. Mal einfach Wasser hier unten. Dann kannst du runter springen. Fertig. Kommt jetzt, Alter. Einfach runter springen. Wir haben da was aufgebaut. Einfach hier. Oh, Vorsicht. Ich bin drin. Du doch nicht. Wir warten nicht auf dich. Wir warten auf eine andere Person. Die Welt dreht sich nicht auf dich, Aderman. Ja, sicher, Alter. So muss das sein. Bring runter. Oh, da kommt sie. Die sind Kristall nicht. So, dann kommt. Let's go. Rein hier. Wie ich sterbe. Ich geh voraus. Ey, jemand steht in mir und ich trau mich nicht mehr zu bewegen, Alter. Weil ich Schiss hab, hier runterzufallen. Okay, ist eingebaut. Da kannst du nicht runterfahren. Top. Ja, ich erinnere mich immer das erste Mal, Alter. Das erste Mal, als ich hier reingegangen bin, bin ich einfach geradeaus. Paar Schritte gegangen, aber ich direkt runter. Oh, Erfolg. Das Ende, Fragezeichen. 5,5% haben diesen Erfolg bloß? What the fuck? Ist die alle lost, Alter? Oh, Scheiße, Alter. Wie sammelt man einen Drachenatem? Ja, Männer. Mit so einer Glasflasche. Woher willst du eine? Ich hab nicht eine. Ich brauch eine. Ja, hier. Hier liegt eine. Ich hab welche. Ich hab welche. Ich hab welche. Wollen wir mal kurz hier einen Safe-Spot hin, wo wir uns unter Versteckenköpfen dazu angedet werden, hier von den Dingern? Ja. Zack. Können wir das nicht schnappen beim Nennen? So, warte. Da. Auch noch Safe mit Wasser. Ey, da ist der eine Drache. So, das haben wir schon mal ein bisschen zählen. Junge, wer hat hier Wasser hingesetzt, Alter? Ja, wegen der Endermans. Junge, das Ding reicht, was ich gebaut habe. Da kommen die eh nicht rein. Kannst wegmachen. Ey, der greift uns schon langsam. Ja, dann geh hier runter oder so. Was weiß ich. Ich werd nicht angeriffen beim Shit. Ey, deiner Drache greift da. Mach mal das Wasser weg, Alter. Besser ist. Hier ist Drachenatem. Was muss ich denn machen, wenn ich da... Ja, ne, ne. Wie wichtig. Wo ich gerade stehe. Ich bin auf dem Weg. Junge, fuck mich nicht ab. Ich hab extra mehr. Stefan, zieh dir nen Kürbis an. Ne, ne. Ich mach das schon, Digga. Leute, was ist die grad explodiert, Alter? Ähm, man... Ich wollte auch mal kurz was. Ich reingeh mal rein. Ein, 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 ein. So, komm, lass reingeh jetzt. Ich hab's hier dabei, ja? Ja, gib mir bitte einen. Ey, warum greift mich so ein fucking Enderman an? Ich hab nicht mal sein... Achso, ich muss auf den Boden visieren, dann mach ich das. Achso, okay. Ja, gut, dann hab ich. Bitte gehen. Drachenatem. Ja, ich hab sechsmal Drachenatem auf Start. Ich hab drei Drachenatem. Ich hab sechs. Irgendeiner hat den, äh, Kürbis aufgesammelt. Ja, genau deswegen will ich kein Kürbisdinger. Weil du einfach überhaupt nichts siehst. Ich seh gar nichts. Was? Na? Mach mal ein Panschen weg, Digga. Ich seh jetzt gar nichts da, Alter. Soll, jetzt lass's machen. Ich mach das alleine. Flasche was? Eine leere Flasche? Ja, kannst du gleich haben, warte mal. So, hier, ich dropp dir ein paar Flaschen. Ich weiß zwar nicht, was wir damit... Hier, dropp. Pfefferminz gefällig? Sammle Drachenatem in einer Glasflasche. Als ob ich den Erfolg jetzt 20 Minuten später bekommen, Alter. Ja, moin. Äh, hast du noch eine Glasflasche für mich, Stefan? Ich bräuchte auch diesen Erfolg. Als ob du die nicht mitgenommen hast, Alter. Oh, diese Endermen. Packen einen so ab. Warte mal kurz. Geh raus. So, Regeneration. Let's go. Wie tue ich den aufsammeln mit Rechtsklick? Ja. Ja, also der. Nein. Okay, cool. Was ist jetzt hin? Lange das schon allein wollen kann. Oh. Shit. So, der ist damit geklatscht. Irgendwas ist gerade nicht mehr explodiert. Ich weiß nicht was. So, das gehen wir mal auf den Drachen hier, ne? Leute, der ist schon. Scheiße, als ich. Äh, hat ihn noch TNT dabei? Nope. Lass erstmal diese Atom-Dinger kaputt machen. Ja. Das ist mir dieses Scheiß-Dinger oben abballern hier. Das war doch so passend ungefähr. Hab einen. Ja. Es wird nur schwer auf den. Ja. Es wird nur schwer. Wo los? Ich hitte das Ding da oben nicht. Ey, der Kleiner hat mich getroffen. Mal ein bisschen zurück jetzt. Nein, ein bisschen her. Die Hälfte ist schon weg. Mal ein bisschen höher. Das ist aber die, äh, Ich baue mich hoch. Jetzt schießen. Nein, nach dem. Na, und jetzt. Let's go. Ein bisschen weiter besser. Oder? Warum ist man die Empfindlichkeit so heftig, Alter? Beim Bogen? Ah. Ah, Feinjustierung hier. So. Als ob. Als ob. Schön vorsichtig. Enderman. Ich krieg halt nirgendwo nen Hit ab, ne? Ich muss halt einfach nur hier stehen bleiben und schießen. Sorry. Jetzt. So. Danke. Macht euch extra noch mal ein Okay ab, oder so. Habt ihr das zweite Ding zerstört? Achtung, Endermänner kommen zu euch. Sind sehr viele von, äh, bei euch. Das ist voll schwer zu treffen. Ja. Ich weiß nicht warum, aber ich hab so ne übelste Empfindlichkeit gerade im Minecraft eigentlich. Warum schlägt man mich? Oh nein! Oh! Ending wurde vom Enderdrachen mit Magie getötet. What the fuck? Chaos, irgendwie fiel das Schwerkraft zu Opfer. Holy shit, Digga. Hat doch schon zwei Tot sind. Lass mal gut liegen. Ich bin komplett geordnet. Können wir nicht einfach so wegschießen, ohne dass er oben nur mal zu den Portalen fliegt? Und die, oder? Äh, können, kann einer meinen Loot aufsammeln? Bitte. Äh, Annika ist auch tot. Durch Magie. Alter! Wir können nicht alles einsammeln, was hier liegt, alter! Einfach drauf jetzt, einfach drauf, einfach drauf. Ja. Komm. Ich hör's nur. Ah, ne? Er lebt noch! Hm, hast du das Portal direkt gefunden. Oh mein Gott. Ja, ja, einfach drauf schießen jetzt. Am nächsten Mal direkt in der Ecke. Oh, da gibt's geilen Loot. Ich brauch die Level. Lass mein Loot liegen. Ich sammle ihn schon auf. Wart ihr nicht oben in den Betten, bei den Bullagers? Oder könntet ihr euch einfach auf die... Ja, weiss. Achso, okay, gut. Das Portal ist einfach direkt um die Ecke. Wow! Ey, ich hitte ihn nicht mehr. Könnt ihr den hitten? Ich hitte ihn nicht. Ja, mit Bonn kannst du jetzt ihn nicht angreifen, wenn er das macht. Du musst mit Schwerd anrufen. Komm. Ja, komm, ja. Ja, Armin. Okay, das ist meiner. Okay, das ist meiner. Ich glaub ich da oben ist jetzt vor. Was doch ist denn gekommen? Das Ecke hört mir übrigens, ne? Also, wenn man Bescheid weiß. Jawoll! XP! Es regnet XP! Nice, nice, nice. 55 Level! So, der Stuff liegt hier vorne noch, ne? Ihr müsstet hier euch umgucken. Hier liegt alles noch rum. So, wo ist das Portal jetzt? Da. Ey, ich bringe noch meine... Mir ist wichtig meine... ...Rüstung. Das ist nicht meine. Anika, kannst du das vielleicht für Manning einsammeln? Die Rüstung? Alles. Ja, alles. Nein, ich hab auch grad kein Platz. Also, ich muss halt gucken, dass ich irgendwie was reinbekomme. Stefan, looten wir jetzt ein Boot? Ne, ich würde jetzt erstmal sagen, ich baue mich hier ein bisschen ein, damit ich ein bisschen überleben kann. Dann würde ich mal kurz sagen, dass ich mir den Loot-Team einlammle.